Was haben verfolgte Ärzte, Mittelstand und Friedensbewegung gemeinsam? Diese drei Gruppen, was die Mehrheit der Bevölkerung ausmacht, haben Unrecht erfahren. Diesem Unrecht können wir nur gemeinsam entgegentreten. Voraussetzung, wir halten alle zusammen. Am 8. Februar war wieder eine Gerichtsverhandlung von Dr. Monika Jank. Staatsanwaltschaft fordert weiterhin vier Jahre Haft dafür, dass Dr. Monika Jank das freie Atmen attestiert hat. In knapp 4.400 Fällen. Verteidiger von Dr. Monika Jank haben einen Beweisantrag gestellt, in dem belegt ist, dass freie Atmen unverzichtbar ist für einen Mensch. Mit den Studien wurde auch belegt, dass Menschen, die nicht frei atmen dürfen, gesundheitliche Schäden bekommen. Es wurde auch gesagt, dass frei Atmen ein Grundrecht ist. Danach wurde von drei Verteidiger jeweils ein Plädoyer gehalten. In den Plädoyers wurde betont, dass Dr. Monika Jank alles richtig gemacht hat. Sie hat den Menschen ermöglicht, das freie Atmen. Menschen dürfen nicht an freiem Atmen gehindert werden. Die Anklage lautet, ausstellen unrichtige Gesundheitszeugnisse. Die Anklage ist rechtlich nicht hallbar, denn ein Attest ist kein Gesundheitszeugnis. Staatsanwaltschaft fordert weiterhin vier Jahre Haft und Verteidiger fordern Freispruch. Nächste Gerichtsverhandlung ist am 20. Februar um 9 Uhr im Landgericht Mannheim. Auch der gesamte Mittelstand erfährt ein großes Unrecht, denn die Subventionen werden gekürzt und es wird alles viel, viel teurer. Die Gesellschaft kann diese explodierenden Preise nicht mehr tragen. Aus diesem Grund haben Freie Bauern, LSV und Werner für Wertschöpfung eine Staffelfahrt gemacht, die insgesamt 3000 Kilometer lang ist und 13 Landtage beinhaltet. Es wurde ein Forderungspapier ausgearbeitet und in diesen 13 Landtagen überreicht. Hier auf dem Video sieht man, wie Werner für Wertschöpfung in Hannover ankommt und bei dem letzten Landtag auf dem Plan den Forderungspapier überreicht. Mittlerweile sehen viele Menschen in Deutschland dieses Unrecht, was geschieht und versuchen, dieses Unrecht aufzuhalten. Es wurde in den letzten Monaten sehr viel demonstriert, deutschlandweit, aber auch europaweit. Denn das Unrecht gibt es auch in Europa. Einige große Demonstrationen haben stattgefunden wie diese in Berlin und haben einiges an Geld, aber auch an Kräften gekostet. Jede Initiative ist sehr wichtig. Auch diese Initiative ist sehr wichtig. Ein Künstler hat ein Panzer bemalt und auf Berliner Straßen präsentiert. Ich hätte diesen Panzer in Regenbogenfarben bemalt und deklariert als Friedenspanzer. Wie können wir unsere Kräfte bündeln und uns organisieren? Eine Möglichkeit, um uns zu bündeln, also uns zu vereinen und um uns zu organisieren, ist eine Petition. Zum Beispiel diese Petition, die von einem Verein, Free People Germany e.V. initiiert wurde, mit der Forderung, die Ampel muss weg. Diese Petition haben mittlerweile 2207 Menschen unterschrieben. Eine Petition ist ein Instrument, der uns hilft, uns zu vereinen. Hier zum Beispiel sieht man visuell, aus welcher Gegend die meisten Unterschriften kommen. Hier sieht man Unterschriftenwachstum anhand von einem Diagramm. Hier kann man sehen, die Betroffenheit der Unterstützenden. Zum Beispiel 48% bin selber direkt betroffen. 17% könnte in Zukunft betroffen sein. 24% fühle mich verantwortlich. Nächste Diagramm zeigt Drinnlichkeit des Themas. 26% würde an gemeinsamen Aktionen teilnehmen. 21% versuche, andere von den Anliegen zu überzeugen. 23% helfe, das Anliegen zu verbreiten. Deswegen ist es sehr wichtig, dass jeder, der diese Petition unterschreibt, auch seine E-Mail-Adresse hinterlässt, damit wir miteinander kommunizieren können. Hier sieht man, aus welchem Bundesland die meisten Unterschriften kommen. Aus Bayern, Baden-Württemberg, Nordheim-Westfalen, Niedersachsen und Hessen. Und hier dasselbe nach Landkreis. Eine Petition ist ein Instrument, um uns zu vereinen. Am 4. Februar haben wir eine Demonstration direkt vom Bundestag gemacht und Unterschriften gesammelt. Eine Unterschrift erfordert keinen großen Aufwand, finanziell, aber auch physisch nicht. Man kann Petitionen online teilen, aber auch auf Demonstrationen Unterschriften sammeln. Link zur Petition und Sammelbögen für Unterschriften findest du in der Videobeschreibung. Das ist ein Instrument, das ist ein Instrument. Und hier ist ein Instrument und das ist ein Instrument. Untertitelung des ZDF, 2020